Hi! Ja, ich möchte an dieser Stelle ein bisschen Werbung machen für meinen anderen YouTube-Kanal. Der heißt 365, jeden Tag ein Song. Und da geht es nicht um Kinderlieder, sondern eigentlich eher um Songs, die ich sonst noch so schreibe. Und da versuche ich gerade, jeden Tag einen zu schreiben und jeden Tag einen Song hochzuladen. Und das das ganze Jahr über. Ich bin heute bei 24 angelangt und hoffe, dass ich das noch lange überstehe. Und vielleicht habt ihr ja Lust, mal reinzuschauen. Ich würde mich total freuen. Ihr müsst euch ja nichts liken oder irgendwas abonnieren, aber vielleicht mal ein, zwei Songs anhören. Das wäre toll. Okay, das wollte ich eigentlich nur loswerden. Und jetzt hoffe ich, dass ihr euch ein bisschen meinen anderen Kanal anschaut. Bis dann. Tschüss!